Afrika ist ein wunderbares Land. Afrika ist aber nur gar kein Land, Thomas. Afrika ist ein Kontinent. Wir sind bislang schon durch mehrere Länder gedampft. Und wir werden noch weitere durchqueren, bevor wir Dar es Salaam erreichen. Mia! Fahr zurück! Fahr zurück! Ich dachte, du hättest gesagt, du seist Tiere auf dem Gleis gewöhnt. Ja, aber wir haben nicht so gigantische Elefanten auf Sodor. Tja, weißt du, ich würde dir nicht raten, jetzt zu pfeifen. Wer könnte sonst angreifen? Vielleicht nehmen wir lieber einen anderen Weg. Ich sehe nur leider keinen anderen Weg im Moment. Du vielleicht? Schlaf ein. Elefant, schlaf schön ein. Heutlein, Heutlein zu. Schlaf schön ein. Wir sind in Eile. Komm, geh zur Seite und schlaf schön ein. Oh, die Waggons haben gar nichts gemein mit denen auf Sodor. Sie sind überhaupt nicht widerspenstig. Ja, das haben wir dir doch gesagt. Afrika ist ein unglaublicher Kontinent und ganz anders als dein Sodor. Und schlaf schön ein. U la le, 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 U. Untertitelung. BR 2018